Er hat eine super Form mitgenommen von Anfang an bis zum Schluss und da merkt man auch, wie der noch fokussiert ist, konzentriert ist. Der will den 14. Saison siegen, der will den Rekord von Greger mit aller Gewalt oder mit allem Willen noch verbessern und so ist er ans Werk gegangen und der war wieder im Probesprung schon der Best.